Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video bei With The Entity. Diesmal gibt es jetzt keine neue Folge der Staffel 2, sondern wir gehen jetzt straight einfach in eine Reaction rein. Und ich möchte mich auch mit der Reaction dann vom Jahr 2023 verabschieden. Und wir sind jetzt auf jeden Fall auch 2024. Ich will jetzt aber auch gar nicht großartig drum herum reden. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach rein hier, schauen uns die Reaction an. Ich werde den Kanal wieder unten verlinken, wo wir jetzt gerade drauf reagieren. Und schauen wir mal, das Video geht 27 Minuten. Ich wollte erst eins gucken, das ging aber dann eineinhalb Stunden. Da habe ich gesagt, ach nee, das machen wir jetzt nicht. Wir schauen uns jetzt hier gemütlich, würde ich sagen, die 27 Minuten hier an. Ich muss das mal gerade so ein bisschen in die Mitte setzen, okay. Also nicht wundern, ich habe halt ein 16 zu 9. Das war glaube ich ein 16 zu 9, ich hätte jetzt hier eigentlich Schlussreden. Auf jeden Fall ein Widescreen, deswegen musste ich das immer so ein bisschen in die Mitte setzen. Ihr seht deswegen von YouTube den Strich unten noch nicht, das dauert ein bisschen. Ich vermute mal so ab. Ah, drei Minuten seht ihr den. Auf jeden Fall, wir legen jetzt los und let's go. Der hat super funktioniert. Ich hoffe auf jeden Fall, dass das jetzt von der Lautstärke her genau passt. Willkommen zu Fearsome Top 5. Heute, wir schauen uns auf die scariesten Videos I could find. Nummer 1 Reddit user Gabberflasm ist ein Account run by a guy named Ethan that currently lives in Oklahoma. Und jetzt recently, er hat ein creepy Video that caught a lot of people's attention on Reddit. According to Ethan, his brother was loading a Christmas tree into his car from his mom's house to take back to his apartment. But while he was busy trying to make everything fit in the car, something chilling was going on around him. Da bin ich jetzt mal gespannt. Was du da jetzt gehört hast, sind es Kids of Car Pause, warum auch immer. Ähm, das ist glaube ich nur Hühner oder ein Hahn oder sowas. Naja, okay. Das war jetzt eine Entität gewesen, so ein Geist oder sowas. Man hat es gesehen, war so leicht schattig. Allerdings hat er hier nichts hingekniet oder sowas. Ich weiß es nicht, ob man das als eine Entität oder eine gruselige Erscheinung hat. Das ist schon fast eindeutig, dass es eigentlich ein Mensch ist. Und wenn man sich... Ganz einfach, also ich sage, das Video ist noch nicht rum. Meine Meinung bis jetzt, die Kamera ist schwer verpixelt. Das kann man gut ausnutzen. Da muss nur einer mit einer Birchenjacke oder ähnlich im Hintergrund sich irgendwie so hingekniet haben. Und dann ist das schon schwer zu erkennen. Nein. Wenn du nicht die Figur oder was unter dem Auto gesehen hast, und es war nicht, bis seine Mutter später dieses Bild gesehen hat, dass sie diese schreckliche Erinnerung gemacht hat. Nummer 2 Von mir ist keine Glaubwürdigkeit. Nein. Ich brauche auch nicht großartig drum herum zu reden, finde ich irgendwie nicht so glaubwürdig. Ich bin da eh immer ein bisschen sehr streng. TikTok-User SkiBoy2Digit ist... Tiktok. Mhm. Mhm. Der normalen Aktivität kommt als keine Überraschung. Das ist ein tolles Geschichte, ne? Und der SkiBoy2Digit macht seine Räume durch die Schöpfung. Er begann nach einem schönen Gespräch zu filmen. Okay, ich ähm... Ich hab normalerweise nicht filmen, während ich auf der Arbeit bin. Ähm... Aber das ist mich beeindruckt. Es ist irgendwie unreal. Ähm... Ich bin hier, wo ich hier in der Janitor's klozette. Ähm... Ja, lass mich euch zeigen. Ich bin gespannt, was jetzt kommt. Er sagt schon, ich zeig euch jetzt was. Da denk ich mich schon so, okay, als ob die Entität oder der Geist nur darauf wartet, bis du dein Handy zückst. Ja? Entschuldigung, ich muss mal ganz kurz hier was machen. Bist du dein Handy zückst? Ja? Wie lange wartet es da? Und grüßt dann nochmal so schön für die TikTok-Fans. Dann ist noch live so, hi. Ja, wie noch nicht gesehen, aber könnte ich mir vorstellen. All right. Ja. Ja. Ich will euch wissen, dass die Schule auf dem Cemetery gebaut wurde. Ähm... Ich weiß nicht, ob das meine Situation hilft oder nicht. Aber... Die vorherigen Janitorinnen, die hier gearbeitet haben, haben versucht, dass... ... 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 ein paar Spooky... ... ich weiß nicht, Paranormal... ... oder... Okay. Das ist ganz cool zum Beispiel übersetzt. Also es sollen wohl schon Leute vorher sagen, dass... ... dass... ... alle paar Nächte mal was Paranormales passiert. Die Ballons folgen wohl. So, let's just, uh... Mm, see? Yeah, yeah, yeah. That right there. Um... Also am Anfang wollte ich noch sagen, okay, könnte echt gut sein, ne? Allerdings auch ein kleiner Windzug mit irgendeinem Fenster oder irgendwo, keine Ahnung, wer weiß, wie schwer das ist, was unten am Ballon hängt, das vielleicht gerade so unten hält. Auch der Anfang war wirklich gut, aber jetzt gerade fängt es an strange zu werden, also dass es vielleicht zu viel ist? Ne, okay, er geht schon in Richtung zu ihm. Ha. Uh! Nochmal. Hmm, da ist so gerade was langgelaufen. Mmh, da ist so gerade was langgelaufen. Und als er wearily backt out of the classroom, this balloon haughtingly followed, making its way into the hall and floating directly towards him. But as he backt away, a dark figure can be seen in the background. Uh, das ist aber... Boah, das ist schwer einzuschätzen, der Schatten, der gefällt mir jetzt gar nicht. Puh, schwer, 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 schwer einzuschätzen. But this chilling encounter was more than enough for Ski-Boy to call it quits for the night. So could this be a ghost from the cemetery beneath the school? Or is there a logical explanation? Und auch Babys neben sowas noch viel, viel eher war als wir. Ne? Oh bro, oh bro, oh bro, oh bro, jetzt weiß ich aber nicht, was das für eine Kamera ist. Ja, vielleicht hatte ich auch keinen USB-Stick oder sowas, äh, USB-Stick oder sowas. Oder Karte oder sowas, ja. Das kann gut sein. Ja, der Orb, der ist schon sehr auffällig, ne? Ja. Jo, okay. Die beiden jetzt halt so hochgehen und so, das ist schon... Also man sieht die ganze Zeit in den Orb, da ist die wirklich die ganze Zeit. Das ist schon krass. Also das ist schon nicht ohne, muss ich euch sagen. Also man fängt die selten ein, dass die echt mal länger als ein paar Sekunden daraus sind. Bewegungen von dem Kind sind auch sehr unnatürlich. Ich weiß nicht, ob die sowas können, wenn die träumen oder sowas, ne? Muss ich dazu sagen. Ich weiß es nicht. Finde ich krass. Das könnte wahr sein. Ja, das finde ich interessant. Die Das ist And if you watch closely, the small orb seems to follow the movement of his leg perfectly. Almost as if it was the one responsible for this movement. Reddit users flooded the comments, with one suggesting the genius idea of using the baby as ghostbait for a follow-up video. But unfortunately, a follow-up never came. Dang it. Number 4 Back in 2009, a video was uploaded to a YouTube channel called Ericis Maximus, that quickly gained traction. According to the man behind this account, one day while he was in the woods riding his ATV, a friend of his was recording a video of the ride. But as he trudged through a creek, a mysterious figure was caught in the background. Okay, I'm excited. Was haben die immer für Kameras? Er sieht ihn doch auch in Deutschland. Läuft halt einer lang. Diese Kameras, also das ist wie unsere Nachtsichtkamera und die ist schon besser. Ach Gott! Bigfoot, also jetzt drehen wir hier richtig am Rad oder was? A series of videos were posted, documenting the hair-raising haunting he was experiencing. Random cold spots throughout the house, as well as terrifying poltergeist-activities, soon became a daily occurrence for him and his family. And with no other ideas of how to rid themselves of this dark spirit, they eventually decided to use a Ouija-Board. But little did they know, that this would turn out to be a down-up decision. Oh, that's what I didn't even hear. Mein Gott, Entschuldigung, ich weiß nicht... Hatte der jetzt gesagt, wie alt das ist, das Video? Tommy Wells. Number 5 On a YouTube channel called Tommy Wells, a series of videos were posted, documenting the hair-raising haunting he was experiencing. Random cold spots throughout the house, as well as terrifying poltergeist-activities, soon became a daily occurrence for him and his family. And with no other ideas of how to rid themselves of this dark spirit, they eventually decided to use a Ouija-Board. But little did they know, that this would turn out to be a terrible decision. Problem ist, ich verstehe diese Kameras nicht. Ich weiß nicht, mit was die das aufnehmen. Laut Klamottenstil ist das wirklich aus den 80ern oder so aus den 90ern. Oder Anfang der 2000, ich weiß es nicht. All right, you ready for this? Have you ever done one before? Not too hard. I don't like messing with them because I know that they can do it. Well, a lot of times they're bad spellers. Text them in or so to spell out what they're spelling. And you have to just touch your fingers to it easy. Not enough word. You're going to unintentionally move it or whatever. Okay, just barely. You just barely want to make contact. And let it control it. You just follow it with your hands. Okay? Boah, ich finde das ganz schwer anzugucken mit so einer Qualität. Ich wöcke ich Probleme mit. Ich will see if I can get it with a slow. Let's go. Okay, you ready? Yeah. Whatever. Entity, spirit, demon, whatever you are. It's in my family's home. It's plaguing us. Giving us help. Please. Identify yourself. Or tell us what you want. What it'll take to leave me and my family and our home alone. And never return. We're tired of this. Just tell us what you want. So, da fängt es schon falsch an. Man fragt sofort, ob der, ob die Entität oder der Geist böse ist. Ich habe noch keine Video-Awards-Sitzung gemacht. Will es die ganze Zeit, aber habe mich damit auch befasst. Da fange ich schon komplett falsch an. Das ist schon. Oh, oh, oh. Genau, was hier gerade passiert ist. Was mich interessiert ist, da habe ich noch gar nicht gegoogelt oder mal rausgefunden. Wenn man bei der Reacher-Board-Sitzung die Augen zu macht und nur einer guckt. Ich weiß gar nicht, ich würde das, glaube ich, interessanter finden. Wenn man nicht weiß, wo man die Hand hinführt, weil sich vielleicht manipulieren lässt oder so. Ich weiß auch nicht. Dauert nicht mehr lange, dann gibt es eine Reacher-Board-Sitzung, da steht safe fest. Das sage ich euch. Ich habe richtig Lust da drauf. Ich hoffe, ich stehe das gerne, dass ich abends war in der Dampf- und Ziege. Okay, die Reaktion der Frau, die ist schon. Die Reaktion der Frau, die hat wirklich Angst, glaube ich. Ich weiß es nicht. Entweder Schaus spielt sie sehr gut oder sie hat wirklich, wirklich Angst. Kamerakodität natürlich unter aller Sau. Da kann einen Faden dranhängen. Sie hat ja, kann ich es nicht zeigen, das Board die ganze Zeit so geführt. Hier zwischen kann ein Faden hängen, wo jetzt irgendeiner der Kameramann zum Beispiel vielleicht zieht. Man weiß nicht, aber ich gucke mir weiter an. Urteile manchmal zu schnell, glaube ich. Ja, ja, das kann sein. Die Frau hat auf jeden Fall gute Angst gespielt. Oder halt wirklich gehabt. Wir müssen jetzt auf die Bewegung achten, ob es irgendwo eine Möglichkeit ist, den Faden durchzuziehen, nur ob sie den mir rühren würde. Ne, sie jetzt berühren müssen. Sie jetzt berühren müssen. Das ist schon interessant. Das kann, kann real sein. Ich will das nicht als unreal hinstellen, weil ich habe jetzt gerade gesehen, sie hätte dann eindeutig die Hand durch diesen Faden gezogen. Also sie hätte ihre Hand dann eindeutig diesen Faden gezogen und jetzt breit sich schon vorher bewegen müssen. Also. Meine Frage. Er hat ganz, ganz viele Kanäle, die er da hochladet, ohne Profilbild. Ist das jetzt einfach, weil er die nicht zeigen will? Weil die Leute halt nie irgendwie, wo sage ich, was hochladen darüber. Ich mache doch ein Profilbild oder so. Ich weiß nicht, es gibt viele Kanäle, die keines haben. Also auch kein Front, aber das fällt hier sehr oft auf. Mein Gott. Ey, das ist 2016 oder 2015. Sogar das kannst du nicht. Eher 2016, weiß ich nicht. Also gerade da mit dem Strich. Da gab es auch schon bessere. Also ich weiß nicht. Ich. Entschuldigung. Ich weiß nicht, was das soll. Warum holt man sich die schlechteste Kamera, die man auf Wish bekommt. Und wieder ein Geistervideo. Es nervt mich ab nochmal. Das hat doch kein Geist. Ja, weil die Qualität... Entschuldigung. Entschuldigung. Weil die Qualität so schlecht ist. Pixel sind nachgescrollt. Also nicht nachgescrollt. Ihr wisst, was ich meine. Nachgeploppt oder sowas. Das ist eigentlich ein Mensch, der da gelaufen ist. Das ist ein Mensch. Das ist kein Geist. Also das ist... Also das Video, das riecht von mir... Entschuldigung, wenn ich gerade so... Ich bin gerade so... Ähm. Ne. Das ist eindeutig. Ein, 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 eindeutig. Ein Mensch. Es ist doch nicht transparent. Es ist einfach eine schlechte Pixel-Kamera. Das ist ein Witz. Entschuldigung. Ja, das ist es nämlich er. Ja, ne. Er hat auch wieder ein Bild drin. Das ist auch der... Da sieht man an der Brille. Und while he kept a close eye on the security-Kamera-Monitor, he began to notice subtle movement around him. Motherf***er, decide to show itself again. See it? Das ist die Überwachungskamera, ne? Die sind meistens gut. It's faint, though. Manchmal ist gute, gute... Ich lade an sie, like, okay. I'm like, okay. So I hesitate, I'll just do something, do something, because I don't know what to do. You know. But that time it came from over my head, though. For some reason. I don't know. But I was like, you know what? See, I'm over there just talking sh** now. Like, why is it always me and stuff? So, it is what it is. It showed up to me twice already. From the first video, but this time I guess it's getting used to me or something. I don't know. That's kind of creepy. So I was like, you know, let me just pray for on it. I prayed to God. Like, I hope it don't... I don't know. I don't know who it is or what it is. But leave me alone. For real. Because this is ridiculous. I'm looking like, okay. I don't see it no more. So I'm like, you know, let me just sit down. Let me just sit my ass down. While at his desk, he noticed a faint mass float by directly in front of him. This ghostly anomaly hovered over his head. And this is also, that is not a fake. This is not a fake. This is not a fake. I can always fly before the camera, but what you can see is this. This is not a fake. That is to me. It can all be, but that is already very important. da könnte man jetzt vielleicht ein screen da habe ich jetzt natürlich muss ich mal gucken dass ich schnelle tools kriege ein screenshot machen und kontrast ändern ok ja es ist eindeutig wieder so eine masse zu sehen es sieht wirklich echt aus das ist nicht glaubwürdig da gibt es nichts gegen einzuwenden ich weiß gar nicht wie oft sich meine haare ausstehen wir haben wirklich manchmal situationen die sind echt ist das ich hatte nur seien von in einer seite wo einer die treppe jetzt runter geht oder auch lang läuft das vielleicht gegenüber nicht gegenüberliegend aber so schräge ganz schwer dass ich jetzt ganz schwer da kann ich mich wahrscheinlich nicht zu äußern was myself with zero explanation but what do you think number nine ian from the midwest ghost hunter youtube channel recently set out to investigate the oakland cemetery since 1843 the oakland cemetery has served as the main cemetery for iowa city and over the years many reports of paranormal occurrences have come from anyone brave enough to step foot inside they're said to be a haunted grave the mysteriously close as well as ghost children that room the cemetery he and kick things off by taking some photos to see what he might catch ich freue mich auf unsere furcht spektrum kamera da war doch schon was auf dem bild oder das habe ich das nicht gesehen das ist real das glaube ich das glaube ich ich habe jetzt gerade nichts erkannt aber bei dem ersten warte mal merkt euch mal 19 minuten jetzt aber wartet seht ihr das hier ich weiß nicht ob ihm das aufgefallen ist das sieht für mich viel mehr unnatürlichem aus viel viel mehr ja das sind nicht irgendwie ja wir haben wieder 15 minuten we're into the cemetery in search for a place to try to communicate all right so i've got a spirit box right here gleiche die view verwenden see if i can get any responses from any of the spirits that may be buried here or just anywhere in the cemetery und ich baue auf diese spirit box es war schon deutlich er lässt das Ding genauso schnell durchsprittern wie wir ja und das waren ja wirklich 2,5 Sekunden 2, 2,5 Sekunden, die wirklich durchgehend gehen ihr müsst euch die Spillbox jetzt überlegen du springst durch die Radiosender durch das ist dann das finde ich gut das ist interessant könnte wahr sein und das Leute das sage ich euch das gibt es unglaublich oft auch im letzten Video in der Untersuchung habe ich gesagt boah es wird das einmal so kalt an dieser Stelle hier als dort immer aktiver wurde aktiver und aktiver und das ist so glaubt es mir sind die Spirits hier so kalt als ich am right now kann ich fühle die cold air wie ich do pretty sure i heard something over there hello man sieht halt wieder zwischen den Bäumen da was aber weiß nicht ob das könnte ein Tier sein aber in so einer Situation in so einer Situation ich meine er hat ja hallo gerufen hallo gerufen und man hört Steps im Gras naja natürlich könnt ihr auch ein Tier erschrocken haben muss man dazu sagen aber es ist verdammt gruselig wenn man gerade auch alleine so wie er da langläuft und dann solche respawns über die Spiritsbox bekommt und so ne also also it just sounded like something ran by me hello they went this way it sounded like it could have been like a kid running but there's nobody here man hat es gehört ein Kinderschrein aber das könnte auch eingefügt worden sein was das wurde eingefügt das wurde eingefügt da war weder noch ein Hall noch sonst was glaube ich aber ich bin mir da sage ich das wurde eingefügt um mehr aus der Session rauszuholen das davor glaube ich immer aber es hat ihnen nicht gereicht they literally sound the kids playing they keep them over here they keep them over here the ghostly sound of footsteps running towards Ian came from somewhere in the darkness and soon after a chilling childlike scream came from the distance despite the cold Ian continued on when things got even weirder it's actually been pretty quiet over at this grave site most activity seems to be outward flие flistine fl Rebecca ein di āh alles flcık tit jumbr b Sounds sa s f T w liegt er vielleicht mit dem Gerät an der Kamera, die wackelt in dem Moment oder die Kamera gibt ein Geräusch zurück, schaut mal, die wackelt man will eben jetzt nicht die Glaubwürdigkeit glauben, ich sag euch immer, wie das ist schwer auch alles glaubwürdig rüber zu bringen das ist einfach so, weil man ich bin ja selbst Geisterjäger, das wisst ihr ja und ich sag halt immer amerikanische Kanäle die rasten viel zu sehr aus es kann ja sein, dass in anderen Ländern mehr ist oder auch weniger das könnte die Kamera sein ich will jetzt nichts unterstellen, aber genau zu diesem Moment, aber ich glaube auch dass da ein Hand sich bewegt so, den Ding ja, 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 ja gleichzeitig bewegt sich die Hand so, achtet mal ich schaue zum Beispiel keinen amerikanischen Geisterjäger, schaue ich einfach nicht vom Prinzip schon aus äh, vom Prinzip schon her das war interessant, das war interessant das war wirklich interessant sollte das echt sein, hat der auf jeden Fall Eier in der Hose, sag ich nicht, so ist es das könnte was sein ich hab vorhin reingesagt, das könnte real sein aber die Geräusche, da bin ich mir sehr unsicher oh mein Gott das war nuts look, I'm gonna search her on this whole tree there's literally nobody I am the only one in this cemetery das ist halt sehr, sehr schnell das kann schon echt sein, das ist auch same verpixelt und so ah, sie gruselig sind die Hase Entschuldigung, ich werde gar nicht auf so einen Kanal hier so Dinger müssen wir manchmal vielleicht einfach einfach runterschlucken so soon after sunset accompanied by a friend the duo set out to investigate ok guys, so, as you can see we are pretty much in some sort of a ink ravine right now it is, if you look at the ground looks like we are in hills or something of low, it comes like pretty much up there into the mountains, so, yeah this whole place is pretty creepy ok, so, yeah this is the freaking tunnel holy crap let's try going in for a second oh, hello I got it I got it as they went deeper and deeper into the tunnel the atmosphere around them got heavier I'm being gespannt and once they stopped at a certain point Martin was positive that he was hearing something further down the tunnel oh oh, I got a little bit of a gänsehaut in the neck because that is a very ekelhaft feeling because I had in the last video also I had to hear and I couldn't react I was just stuck I was just stuck and I was just turned around and turned around but heard man before this Geigenspiel that sounds like this one from Harry Potter in Hogwarts right? or? or was it? what? 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 Ich denke ans Zweite. Ich denke ans Zweite. Das war's. Ähm, okay. Champ, ich werde auf jeden Fall den Kanal unten mal rein verlinken. Und ja, ich sage mal, da waren jetzt 1-2 Videos, die ich wirklich glauben kann. Die anderen weiß ich nicht. Bin ganz ehrlich. Es ist viel, 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 viel Interpretationssache. Ab wenn man was als eine Entität sieht, also was ein Geist sieht. Und vieles ist halt, ne, ich kann natürlich auch nicht immer richtig liegen. Das ist meine Meinung und die vertrete ich so. Ich versuche alles sehr, sehr kritisch zu sehen. Auch bei uns. Auch bei uns. Bin ich ganz ehrlich. Ich schneide so vieles weg, wo man denken könnte, es ist ein Geist. Wirklich. Also ich hätte, glaube ich, manchmal eine halbe Stunde längeres Video locker. Und, ähm, ja, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich wollte mich jetzt hier auf jeden Fall nochmal bei allen bedanken, die 2023 auf diesen Kanal gekommen sind. Das Jahr ist jetzt rum. Das ist der letzte Tag. Ich drehe das jetzt hier gerade um 5 Uhr morgens. Und ich bin euch allen dankbar. Wirklich, wirklich dankbar. Ihr habt uns geholfen, große Schritte zu machen. Auch zu motivieren. Ihr schreibt immer wieder drunter, wie authentisch wir sind. Und das gibt uns das Zeichen, dass das richtig ist, was wir machen. Dass wir auch Folgen hochladen, wo nichts passiert. Wir schreiben nicht das Drehbuch. Ich wiederhole mich da immer wieder. Dieses Zitat kommt von Andreas, Transkommunikation. Auch einem YouTube-Kollegen, sage ich jetzt mal. Ich habe hier viele liebe Leute kennengelernt. Ich habe mit welchen privat schon Kontakt, die auch ein bisschen was damit zu tun haben. Und ich möchte mich hier herzlich nochmal bei allen bedanken. Es gibt viele, die uns das ganze Jahr über schon fast begleiten. Jetzt gibt es diesen Kanal in wenigen Tagen ein Jahr. Und vielleicht wird daraus ein 1.000, also ein 1K-Abo-Special plus 1-Year-Celebration. Ich weiß es nicht. Seht mir da nicht nach, wenn da nichts kommt. Geplant ist es. Aber die Umstände, wir können es ja nicht. Wie gesagt, ich bedanke mich von ganzem Herzen. Wir haben wirklich Leute, die immer wieder dabei sind, ob es hier UFO-Skriptorium genau ist, ob es sogar Andreas Transkommunikation, er schreibt auch ab und zu hier rein, ob es ein Merlin ist, der auch manchmal ein bisschen nichts gegen dich, aber manchmal bist du ein bisschen komisch. Da weiß ich nicht, ob du uns magst oder nicht. Ist aber egal. Ich finde, jeder, der reinschreibt und was er zu gibt, wir nehmen Kritik auch gerne an. Auch an dich, liebe Grüße. Dann haben wir natürlich den Thomas Immervoll, da haben wir die Silvia, da haben wir... Wir haben viele. Ich kriege gar nicht alle genannt. Randy schreibt fast unter jedes Video. wenn ich es irgendwie vergessen habe, dann seid mir da nicht böse. Seid mir da nicht böse. Es gibt wirklich viele und ich möchte mich wirklich bei allen bedanken. Bei allen. Das Projekt ging mit wenigen Leuten los. Er ist zu dritt. Ich rede jetzt darüber. Es wurde hintergangen von einem dieser drei am Start. Er brachte ja noch eine ins Team rein, die habt ihr auch mitbekommen. Ich sage keinen Namen, aber die waren dann auf einmal beide plötzlich weg. Das hat auch einen sehr, sehr großen, sehr, sehr großen Grund. Und es fehlt auch noch eine Person, die bis die komplette erste Staffel dabei war, hat auch einen sehr wichtigen Grund, warum diese Person nicht mehr dabei ist. Dazu kann ich jetzt eigentlich gar nichts mehr sagen. Da würdet ihr euch ein bisschen... Nein, das ist zu privat. Das ist zu privat. Auf jeden Fall hat das alles mit viel Verrat auch zu tun. Deswegen. Viel hintergehen und sowas. Deswegen hat sich auch die Truppe mal geändert gehabt und wir haben dann zu Sören und Arjo gegriffen, die ja nicht immer dabei sein werden. Die haben viel zu tun. Ich habe viel zu tun. Es ist schwer, immer auf den gleichen Ainander zu kommen. Wir haben jetzt mal immer zu versuchen. Deswegen hat es auch manchmal echt lange gedauert, bis meine Folgen kamen. Das war eigentlich der größte Hauptgrund, ob es eine Krankheit ist, ob es wegen der Arbeit ist. oder der Entfernung. Ich habe einen Zwei-Sitzer. Ich kann gar nicht mehr Leute transportieren als mich und einen Kollegen. Oder ihr wisst, was ich meine. Deswegen wird es so Videos geben, wo ich nur mit Kevin bin. Oder wo wir alle zusammen sind. Das wird passieren. Und das war eigentlich so mein Schlusswort jetzt zu diesem Video. Ich bedanke mich noch das letzte Mal jetzt wirklich herzlich bei euch allen und ich hoffe, wir sehen uns 2024 wieder. Auch danke an alle Neuen, alle, die hier auf diesem Kanal, ihr Unwesen treiben. Nie eine Entität. Also auch stille Zuschauer. Ich wünsche euch allen einen sehr, sehr guten Rutsch ins Jahr 2024. Wir sehen uns nächstes Jahr wieder, wo wir Staffel 2 beenden werden und auch Staffel 3 beginnen. Das war's von With The Entity im Jahr 2023. Überlebt die Nacht gut, rutscht nicht so weit. Wir sehen uns nächstes Jahr. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.